Schatz, ich bin so aufgeregt für das heutige Fußballspiel. Hast du eine Mannschaft, für die du bist? Ja, Liebling, ich bin für Deutschland. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin für Brasilien. Aber ich denke, es wird ein wirklich enger Wettbewerb. Ich stimme zu. Beide Mannschaften haben großartige Spieler. Und ich denke, dass es wirklich darauf ankommt, wer heute besser spielt. Definitiv. Aber ich denke, dass Brasilien heute einen starken Vorteil hat. Besonders in der Offensive. Vielleicht. Aber ich denke, dass Deutschlands Abwehr wirklich stark ist. Und ihnen helfen wird, sich zu verteidigen. Das Spiel beginnt. Oh, Brasilien hat gerade eine Chance verpasst. Das war wirklich enttäuschend. Ja, aber Deutschland hat gerade einen großartigen Angriff gestartet. Sie könnten gleich ein Tor erzielen. Ich denke, Brasilien spielt wirklich gut in dieser ersten Halbzeit. Sie haben einige wirklich starke Angriffe gestartet. Ja, aber die deutsche Abwehr hat sie bisher gut verteidigt. Es wird interessant sein zu sehen, ob Brasilien in der zweiten Halbzeit durchbrechen kann. In der zweiten Halbzeit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Deutschland hat gerade ein Tor erzielt. Das war wirklich aufregend. Ja, aber Brasilien lässt sich nicht unterkriegen. Sie spielen immer noch sehr stark. Und ich denke, dass sie ein Comeback schaffen könnten. Oh, oh nein! Brasilien hat gerade einen Elfmeter verpasst. Das ist wirklich enttäuschend. Ja, das war eine große Chance für sie, um das Spiel auszugleichen. Aber ich denke, dass Deutschland jetzt wirklich die Oberhand hat. Deutschland hat gerade ein weiteres Tor erzielt. Das ist wirklich aufregend. Ja, aber Brasilien kämpft immer noch hart. Ich denke, dass sie bis zum Ende des Spiels hart spielen werden. Nachdem das Spiel zu Ende gegangen ist. Schade, dass Brasilien verloren hat. Wow, was für ein Spiel! Oder? Deutschland hat wirklich hart gekämpft und am Ende verdient gewonnen. Ja, es war ein wirklich aufregendes Spiel. Ich war wirklich beeindruckt von der Art und Weise, wie Deutschland zurückgekommen ist und das Spiel gewonnen hat. Auf jeden Fall! Aber ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Brasilien. Sie haben nicht so gut gespielt, wie ich erwartet hatte. Ja, das stimmt. Was denkst du, wer war der beste Spieler auf dem Platz heute? Ich denke, dass Toni Kroos für Deutschland wirklich gut gespielt hat. Er hat einige großartige Pässe und Vorlagen gemacht, die zu den Toren geführt haben. Aber ich denke auch, dass Neymar für Brasilien wirklich gut gespielt hat. Er hat einige wirklich gute Angriffe gestartet. Und hat hart gearbeitet, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Und ich denke, dass sie in den nächsten Spielen zeigen werden, was sie draufhaben. Ja, das denke ich auch. Aber jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich hoffe, dass es genauso aufregend wird wie dieses. Ich bin sicher, dass es das sein wird. Die Weltmeisterschaft ist immer voller Überraschungen. Und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes passiert. Es ist immer so spannend, die Spiele zu verfolgen und mit dir darüber zu sprechen. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele und die Diskussionen darüber. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wer am Ende den Pokal gewinnen wird. Hast du eine Mannschaft, für die du denkst, dass sie es weit schaffen wird? Und ich denke, dass sie in diesem Jahr wirklich gute Chancen haben, den Pokal zu gewinnen. Ja, ich denke auch, dass sie in diesem Jahr vielleicht endlich den Pokal gewinnen werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele mit dir zu sehen.